Moin man zusammen ist neue WS News, wir haben den Siegfried hier. Der Siegfried wurde offiziell heute angekündigt bei dem Twitch Video von Wargaming und das Ding wird auf uns T9 begleiten. Das Schiffschritten hat besondere Besonderheiten, klein bisschen von anderen Schiffen hin und her, aber wir gucken das Schiff ganz genau an. Das Ding hat hier 62.850 HP, die Parkungsplatten hat 27 mm, so die Hauptpartei 3 x 2, 380 mm. Ist super, mit den Kaliber kann man auch echt ganz gut arbeiten. So Feuerradius, das sind 20,6 Kilometer, ist relativ normal, das haben die alle die Schiffe ein bisschen. So maximale HE Schaden 4400 und von Brennfaktor von 34. Der maximale AP Schaden sind wir bei 11.000 und von VDOT von 26 Sekunden. 26 Sekunden ist ein fast normales Schlachtschiffstealing, würde ich mal sagen. Mit den Hauptbatterien, mit Verbrauchsmaterial, kann man ein bisschen drücken, aber kommt man immer noch so Wert auf den Schlachtschiff-Style. Aber es kann sich noch alles ändern. So ein kompletter Druh von 180 Grad Drehung von die Thümen sind wir bei 36 Sekunden. Eine maximale Streuung von den Scherze in der Luft sind, sind wir bei 147. Meter. Max Weiler HE und mit AP Meter pro Sekunden sind wir bei 820. So das Ding hat Besonderheit, das Ding hat Torpedos an Bord mit 8 Kilometer. Das Ding hat 8 Kilometer wie die Graf Spee. Ist besonderes und schlecht. So das Ding hat 90 Sekunden Reload und eine kubelte Drehung sind wir bei 7,2. Auf der Ex-Radio sind wir bei 1,3. Ist nicht schlecht. Secondary ist eigentlich ein Haufen Krepp. Flugabwehr kann man ganz gut brauchen. Aber wie kommen wir jetzt mal ein bisschen hier das hier unten an. So das Ding hat 33,5 Kloten schnell. Eine kubelte Schifftdrehung sind wir bei 880 Meter. Ruderstellzeit sind wir bei 40 Sekunden. Loha ist nochmal Tag und Untertanwert sind wir bei 15,1 und durch den Flieger 10,7. Bei Abfall und Vernebeln sind wir bei 13,8 Kilometer. Ist nicht schlecht. Wir haben hier Damage und Call Party, Hydro, Schiffe sind wir bei 6 und Torpedos sind wir bei 4. Deswegen kann noch Flugabwehr, Def-Arme mitführen, Jäger und Scout und Reperturparty. Der Rest von dem ganzen Satz sieht das Schiff echt nicht schlecht aus. Die Toppedos sind genau in der Mitte im Schiffswerk. Aber sonst sieht das Ding echt nicht schlecht. Von dem Satz aus sieht das nicht schlecht aus. Mit 3,8 Millimeter kann man auf T8 Schiffe wie die Bismarck und die Tierpitz arbeiten. Da kann man auch um ganz gute Kellen verteilen. Besonders das Ding, wenn ich gar nicht gewinnt habe, der Signalwert von 2,05 und das ist für einen Schlagkreuz relativ gut. Die deutschen Schiffe mit 3,8 Millimeter wie die Bismarck Tierpitz liegen etwas weiter darunter. Unter zwei Längen liegen. Aber mit 3,8 Millimeter kann man echt arbeiten. 20,6 Kilometer ist auch brauchbar. Haben fast alle deutschen Schlagschiffe außer ich glaube zwischen 21 Kilometer bei Quetsche liegen die Bismarck und die Tierpitz. Aber sonst, das ist der Reichweite von dem Kuhfüsten. Wenn man mit dem Kuhfüsten mit der Reichweite klarkommt, kommt man auch mit dem Siegfried klar. So ist alles die Stats. Aber besetzt wurde es heute gelegt. Aber ich lasse uns überraschen wie das ist. Aber ich denke mal so 26 Sekunden für die Hauptbatterie ist schon ein bisschen Schlagschiffs-Style würde ich schon mal ein bisschen sagen. Aber es ist ein Schiffsaufbau von einem Kreuzer. Aber naja. Wir sagen, wir lassen uns überraschen wie das Ding wird. Es ist also, wo progressiert, kann sich alles noch ändern. Wann das Schiff kommt, ich denke mal nach dem Sommer um den Dreh, so ungefähr nach den Gamescom. Weil jetzt musst du ja die Tester kriegen oder die Komparatorn. Ich denke mal ungefähr im Sommer oder nach dem Sommer um den Dreh kommt das Schiff. Weiß man nicht, wie die schnell Wargaming sind. Naja. So dieses Satz sozusagen von dem Friedrich. Ich hoffe, dass für das Schiff euch mal auch ein bisschen gefallen. Weil die deutschen Schiffe will ein bisschen so, sagen wir mal ein bisschen kaputt geschrieben. Kann ich auch teils auch nachvollziehen. Ich fahre die Dinger auch fast kaum noch. Aber naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und wir sagen, haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.